Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Sascha und Grid Origin. Ich grüße meine Michael an der Stelle. Wenn ihr auch mal grüßt werden wollt, dann schreibt doch mal gerne in die Kommentare in diesem Let's Play. Ansonsten weiß ich gar nicht wer hier alles zusieht. So, ähm, wir sind hier oben jetzt. Ich blick ja jetzt am Nächstes. Könnten wir eigentlich mal kurz da runter gehen. Und danach können wir uns die Queste ansehen. Sobex Gold, okay. Oh, Autsch. Ein Leuchtturm, was ähnliches. Ja, das muss ein Leuchtturm sein. Ein Leuchtfeuer. Ähm, ja. Oh, das ist ein Lager. Wir haben eine Lager, oder? Ach, das war der Aufstieg gewesen zu dem Ort. Ja, es ist ein Spät. Wir haben König, wir haben... Eis am Schiff, ähm... Was? Äh? Was? Hat er gesagt was? Holen wir uns nachher, okay. Die Wachen hier sind sehr aufmerksam. Schauen wir mir das an, wie aufmerksam ist. Also, so aufmerksam waren die Wachen sind ja auch nicht. Müsste noch eine Wache sein, die schlafen ja beide. So. Im Schlaf getötet. So, sehr gut. Äh, Fähigkeiten, 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 Fähigkeiten. Wie viele haben wir jetzt? Fähigkeiten, Fähigkeiten, Fähigkeiten. Eins, ja komm. Eins müssen wir noch gar nichts versuchen zu machen, ey. Ähm... Wir müssen ein paar Wertsachen mitnehmen. Okay, aber sonst nicht viel, ne? Okay, jetzt holen wir uns aber gleich noch, ähm... Das lag hier drüben, da ist auch noch etwas zum holen. Zwei Schätzchen da. So. Na gut. Schauen wir mal, ob wir jetzt noch zum Fenster rein können, eventuell. So. Noch eine Woche. Dann muss noch dieses Vorreich... Das soll ja sein. Gut. Ich habe mir in aller Ruhe mal die Wertsachen, die rauskamen. So. Weil... Wobei wir das nicht so gemacht hätten, ne? Äh. Oh, wir haben einen Brust bekommen. Sehr schön. Gut. Das wäre ja mal gut. Ähm... Schauen wir uns gleich mal die Quest an hier, um die Ecke. Ja. So weckt Gold. Dieser Lump hat die Götter gelästert. Seine Strafe ist eine Buße. Und ein Exempel für alle. Die Hände für Diebstahl. Die Zunge fürs Lügen. Aber ich sage die Wahrheit. Schweig, Junge. Du sollst nie wieder reden. Priester, womit hat der Bursche das verdient? Das geht dich überhaupt nichts an. Tritt zurück. Dieser Novize bekommt nur, was er verdient. Ich diene Sobek. Ich diene Sobek. Ich bin sein Sklave. Junge, was hast du getan? Ich sollte zwei Goldfiguren von Sobek nach Krokodilopoulos bringen. Doch mein Schiff sank vor dem Hafen, am Leuchtturm. Ich wäre fast ertrunken. Die Figuren gingen unter. Ich hab sie nicht gestohlen. Schweig. Und du, tritt zurück, Sehetti. Hey, droht mir nicht, Neb. Ich bin ein Magi. Wenn der Junge die Wahrheit sagt, finde ich eure Goldsobecks. Wenn er lügt, überlasse ich ihn euch. Okay, wir müssen nach den Figuren tauchen gehen. Ich sehe mir diese große Oktera an. Die Götter zu bestehlen ist die schlimmste Form der Blasphemie. Keine Strafe ist groß genug für einen solchen Freuden. Okay, schauen wir uns mal an. Doda! Ähm, 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 ähm. Ich schlitze dich auf! Ähm, 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 Moment! Das war alles gleich! Verdammt! Das war ja gar nicht geplant, aber okay. Du hältst nicht. Lange durch. Verdammt! Verdammt! Wir müssen auf! Ich hab ihn! Ein leichter Schuss! Wow! Wer kommt jetzt? Die hab ich nicht kommen sehen. Ganz ehrlich. Aber weg, 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 weg secret! Da brennt es! Das war's. Ich hab's nicht weites gesehen. Man schtet die Ruin schon nicht. Ich hab's nicht drin. Ist das normal? Schatz finden Ja, die Schiffe rübeln ja nur von Gegnern und Schätzen und so weiter Ein bisschen heftig, oder? Geh mal kurz rüber Ein frisches Wrack, das könnte es sein Wir können schneller schwimmen? Echt? Eine goldene Sobek Statue. Wunderschön. Genau wie der Junge gesagt hat Ich kann nicht so schnell schwimmen können So Gut, schauen wir uns mal hier um Mit diesem Kahn hier Heisen, sehr schön Ein Schwert Ich habe das Gefühl auch, dass letzte Zeit viel mehr Legendärs getroppt wird von den ganzen Das ist auch einer der unsicher gebrauchte, ne? Oh Was wir haben hier? Oh Die ganze Schiffe haben wir doch vorhin schon gekappt Ne, die waren derzeit hier Vielleicht hat der noch nichts auf? Die sind tot? Oh, vielleicht hat der noch gar nicht gesehen Der letzte Tauchgang hat sich gelohnt Der letzte Tauchgang hat sich gelohnt Dieser Gold Sobek ist ein Vermögen Lol, mit wem redet der? Okay, warte, das heißt das hier ist ein Sobek drin Ne Auch nicht, das Plündern Was? Achso Eine goldene Sobek Statue Sie ist wunderschön Der Junge sagt die Wahrheit Ich sollte die Gold Sobek zu diesem abscheulichen Priester bringen Na ja, wir machen auch kurz das Schiff hier noch, weil wir schon hier sind Hey Hey, was? Was? Was hab ich denn geworfen jetzt? Den auch geboren oder was? Was? Was hab ich denn geworfen jetzt? Was hab ich denn geworfen jetzt? So Das kann ich auch Das hab ich mir auch getroppt, ey Wie lausig Gold, okay Ohne Lanze Die Schiffe waren echt ertragreich jetzt gerade Ich hab das Gefühl Ich hab echt viel geholt Mit ein paar Schiffen jetzt hier Gut, wie sieht die Map mäßig aus? Haben wir jetzt hier alles geholt? Ja, haben wir Gut, ich ähm Ich mach mal die Schnellreise Ich hab jetzt keine Lust durchs Wasser zu fahren wieder Um zum Priester zu fahren Ich weiß, es war vielleicht ein bisschen sinnfrei Äh, sinnfrei jetzt diese kurze Strecke zu porten Aber Naja, man wird ja nicht jünger, ne? Ja Ich hab halt das Gefühl, dass die Lanze nicht mehr so lange gehen wie früher Oder wie Anfang nicht Vielleicht täusche mich da auch, aber Ich hab eben das Gefühl Dass sie irgendwie Ja, gefühlt wir kürzer sind Gut, wenn ich jetzt sehe wie lange, wie viel ich jetzt bin Straft, Ungläubige schnell und hart Seine vielen Zähne werden die unwirken So Priester Ich habe eure wertvollen Goldsobecks Euer Novize sagt die Wahrheit Dieser nichtsnutzige Junge macht nichts als Ärger Dann bestrafe ich ihn eben wegen seiner Nachlässigkeit Oh, was? Euer Gewand maskiert nur wie feige ihr seid Götter, ich hasse Masken Diese Sache geht dich nichts an, Sighetti Kriech zurück in dein Loch in der Wüste Ich bin ein Magi, du ehrloser Hund Ich habe die Befehlsgewalt hier, Magi Wachen! Was? Was? Meine Befehlsgewalt wurde dir mit der Maske entrissen Mögest du friedlich in die Duat eingehen Wauw, was? Was? Oh, was? Oh, we're here? Weg, weg, weg Oh, was? Ich meine, jetzt ist ein bisschen heftig gerade, oder? Oh, was? Ähm, okay, jetzt! So! Das war's! Oh, mein Gott! So! Fried zum Priester! Was soll ich jetzt tun? Der Tempel wird mich nicht akzeptieren! So Beck hat dieses Gold dir überlassen. Kehre zum Tempel zurück, oder zu deiner Familie. Du hast die Wahl! Möge So Beck mit dir sein! Was immer du tust, tu es ehrenvoll! Ägypten braucht Priester, die keine Masken tragen! Oh, mein Gott! Sehr gut! Gut, das war ja gar nicht so eine schlechte Idee. Wir wollten ihn ja umbringen, und genau das war dann eh das Ergebnis vom Ganzen. Gut, ähm... Schauen wir mal, was wir hier so haben. Und der... Hier oben... Ist hier wieder eine Festung? Ja, sieht so aus! Ja, da ist wieder was! Ja, da ist wieder was! Okay! Boah, die schlafen am helligen Tag! Oh, jetzt schlafe ich nicht mehr! Oh, jetzt schlafe ich nicht mehr! So! Das war's mal wieder! Hat mich mal wieder gefreut, die Geschäfte zu machen! So oft... Ah, das noch mehr! Das ist noch was! Steckbefehl, wie? Steckbefehl! Okay! Okay! Ähm, ich schau mal kurz, ob ich vielleicht etwas auskontext machen könnte. Tatsächlich kann ich was machen! Steckbehehl verbessern! Für den Kampfangriff für Nahkampfschaden. Ich glaube, das ist aber nicht schlecht! Und dann... Ja... Für den Fernkampfschaden, wenn wir schon können! Oh, wir haben einige Klingen, die zu entwerten sind! Gibt auch immer Metalle wieder! Eisen, okay! Bronze gibt's hier... Viele hoffen hier, echt Bronze, ne? Ich sowieso... Zuschauer... Oh, da gab es viel Eisen! Aber was sagen, ich kann verlieben in eine Hand! Große, große, große! Da hab ich ein bisschen Eisen wieder! Zum Glück können wir ja nicht überladen werden, wenn wir so viele Sachen hier... Auseinander nehmen! Schau mal, hier gibt's noch einen besseren Bogen! Ich sei davor, wir könnten uns überladen! Ich will nicht wissen, woher die ganzen Rohstoffe hinpackt! Wir haben 429 Holz! Hahaha! Krass, ey! Ach, krass, ey! Ach, krass, ey! Wir nehmen die ganzen Schilder! 5 plus 5 plus 5 plus 5! 5 plus 5 plus 5! Wir sind zur Zeit! Ähm... Ja! Ich glaube, das ist so weit, so gut! Ich will mal kurz schauen... 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 Was ist das Problem? Wenn wir jetzt... Also, wenn wir jetzt was updaten... Brauche ich mich dann vor allem Eisen, ne? Ich brauche das auch! Oh, ich brauche hier schon andere Sachen, ne? Scheiße! Okay, gut! Wir brauchen eine Veränderung! Das heißt, die Werbfolge dazu ist ein bisschen wichtig... Ne? Immer ein bisschen kriegen! Wir bringen uns dann im Endeffekt einfach voran! Okay! So! Und jetzt sind wir doch so weit, dass wir hier keine Quests machen mehr können! Wir können hier an diese Ecke gehen! Da fehlt mich jetzt noch das Pferd zur Hilfe! Wir sind ein bisschen weit weg da! So! Aus dem Weg! Los! Gib den Weg frei! Das wäre ein Transporter ist gewesen, ne? Wir gehen mal hier am Ufer entlang... Ich hoffe, dass wir dann da rüber kommen irgendwie... Was ist das hier am Ufer? Öl? Ne! In die Schlamm... In die Mose... Etwas ähnliches... Oh! Ich sehe schon die Folge jetzt zu Ende! Na gut! Okay, das machen wir noch kurz noch mit der Ecke da! Damit wir dann zu Beginn der Folge schön noch porten können! Kann ich hier durchreiten? Oh ja! Nur Reisplantagen, die wir hier vertrampeln jetzt! Ah, ich kann durch! Ähm... Das sieht nachher lange aus! Mal schauen, ob wir das machen können! Da kämpfen die! Ich komme! Ich komme! Das war's für mich! Zuerst du! Dreckig! Oh nein, das war nicht gut. Da kommt gleich Verstärkung an. Ich wollte nur kurz rasch machen, schnell und so. Das ist der Schatz noch. Das Leuchtfeuer, das Leuchtfeuer kann wieder entzünden. Irgendwie vielleicht. Oh, sie kommen schon. Die Flackel-Träger. Gut, okay, ich würde sagen, wir brauchen uns trotzdem hier weg. Hier rüber, so. Und, da würde ich sagen, sehen wir uns dann wieder morgen zur nächsten Folge von Assassin's Creed Origin. So können wir auch vom ganzen Chaos weggehen. Wir haben es zusehen, bis nächstes Mal und bye-bye.